Grüß Gott, Herr Leiter Reber, herzlichen Dank, dass wir Sie interviewen dürfen. Für die Zuschauer, Herr Leiter Reber ist der Obmann der Freiheitlichen, macht sehr erfolgreiche, intensive Oppositionspolitik und ist auch ein erfolgreicher Landwirt, Unternehmer, das möchte ich bemerken. Herr Leiter Reber, natürlich, die Bogen gehen hoch. Sie haben diese Eingabe für den Untersuchungsausschuss gemacht, Sie haben das aufgebracht, diese mögliche Bus-Affäre der Landesregierung und der Landesämterbeteiligten. Sie haben auch erreicht, dass die Kollegen der Oppositionsparteien alle unterschrieben haben. Ja, das stimmt, Herr Marsten, danke des Lobes natürlich, aber ich möchte schon dazu sagen, diese Affäre, diese Bus-Affäre, die es jetzt aufzuklären gilt, die ist ja nicht ganz neu. Also die Ursprünge gehen ja zurück im Jahr 2018, wo die Landesregierung zum ersten Mal, oder jetzt zum ersten Mal ausschreiben wollte, in mehreren Losen, um auch mehr Südtiroler Firmen die Möglichkeiten zu bekommen, hier den öffentlichen Dienst auszuführen. Und im Jahr 2018 hat das begonnen. Wir haben hier auch eine ganze Chronologie zusammengestellt und bereits in der Legislaturperiode davor hat es Abgeordnete gegeben, die gesagt haben, hier müssten wir einen Untersuchungsausschuss einfordern. Es kamen dann die Landtagswahlen und wie Sie wissen, ist vor den Landtagswahlen ja, wird die institutionelle Arbeit eingeschränkt. Und nach den Wahlen habe ich da schon den Vorschlag gemacht, dass wir hier nachgehen müssen dieser Sache, denn es waren damals ja schon Vorfälle bekannt, beziehungsweise Vorwürfe im Raum. Da hat es zu wenig Unterstützung gegeben. Jetzt auch aufgrund Enthüllungen von Medien und auch, dass uns als Partei hier auch Ermittlungsakten zugespielt worden sind, wo wir gesagt haben, jetzt muss gehandelt werden. Und ich bin sehr froh, dass die Kollegen der Opposition uns hier zu unterstützen. Es braucht ja ein Viertel der Abgeordneten im Landtag, um überhaupt den Untersuchungsausschuss vorzunehmen. Sie haben Einsicht in diesen Unterlagen gehabt. Man spricht von 150 Seiten, polizeilichen Unterlagen, die der Staatsanwaltschaft übergeben worden sind. Und was ist so Ihr erster Eindruck? Natürlich, um hier mal sagen zu können, in diesen 156 Seiten sind natürlich alle Protokolle und auch Abhörungsprotokolle enthalten. Hier sind viele Dinge auch enthalten, die jetzt nichts Konkretes mit dem Fall zu tun haben und teilweise auch persönliche Dinge, die uns von der politischen Warte her nicht zu interessieren haben. Uns geht es darum, vor allem die Empfehlungen, die auch diese Ermittlungsakten an den Staatsanwalt stellen, die hier klar sagen, dass man vermutet, Amtsmissbrauch, Interessenskonflikt und Wettbewerbsverzerrung. Das sind die drei Dinge, die hier vorgeworfen werden, sei es Hoden-Landesbeamten als auch Politikern wie Arno Kompatscher und hier muss nachgegangen werden. Es gilt natürlich die Unschuldsvermütung, das ist klar, in einer Demokratie. Und man muss auch, das möchte ich auch betonen, ein Untersuchungsausschuss im Landtag, das hat ja nichts mit dem Strafrecht zu tun. Das macht die Staatsanwaltschaft, das werden Gerichte klären. Und auch wenn Gerichte irgendetwas für positiv am Ende der Geschichte finden oder das nicht als kein Urteil dazu absprechen und den Fall vielleicht auch aktivieren werden, das weiß man ja nicht, das hat nichts damit zu tun, was unsere Aufgabe im Landtag ist. Bei uns geht es vor allem auch, die politische Bewertung vorzunehmen, Aufklärung zu betreiben, zu untersuchen, aber politisch zu bewerten, ob dieses Handeln, war das in verantwortungsvoller Ausübung des Amtes, sei es in der Beamtenschaft für die Landesverwaltung und auch in der Ausübung des Amtes als Landeshauptmann. Als Medium und als natürlich interessierter Herausgeber habe ich damals das so mitbekommen, dass natürlich eine riesen Protestwelle wieder im Gang war, wie jetzt beim Milchskandal, dass die Ausschreibungen absolut die lokalen Situationen nicht berücksichtigt haben. Also als Herausgeber muss ich bemerken, man kann eine Ausschreibung auch im Rahmen des EU-Gesetzes immer so machen, dass die Lokalen maßgeblich profitieren und das widerspricht mit dem EU-Gesetz. Und mein Eindruck, meine Erinnerung war und ist, dass damals ja die ganze Sache wieder, man riskierte, dass es aufgeteilt wurde zwischen ein, zwei großen Unternehmen, teils lokal, teils auswärts und dass die vielen kleinen, fleißigen Mietwagenunternehmer einfach und auch die Busunternehmen durch die Finger geschaut haben. Und das war ja wahrscheinlich eine gewisse Reaktion dann im letzten Moment, eine Kurzschlussreaktion, wie auch immer. Und für mich als Betrachter geht es darum, und da sind wir ja bei einem weiteren Punkt, wie laufen in Zukunft die Ausschreibungen in unserem Land? Und wie wird die Wirtschaft hier unterstützt? Ich zitiere den Milchskandal, wo man eine Ausschreibung macht, wo eben acht Millionen Milchprodukte in Badenau eingekauft werden. Ich möchte hier nur zwei Sachen präzisieren. Gerade wenn man, bleiben wir am Anfang bei den Bussen, wo man sagen muss, es ist natürlich opportun und auch völlig richtig, wenn man als Landesverwaltung und als politische Vertreter in Südtirol versucht, so viele wie möglich auch teilhaben zu lassen an diesen Diensten. Ich grundsätzlich bin als freiheitlicher und auch wirtschaftsliberal denkender Mensch, bin dagegen, dass man alles in-house löst. Es wäre vom Prinzip her gerade richtig, dass wir die Privaten hier mit in die Verantwortung nehmen und auch an diesem Kreislauf teilhaben lassen. Das Problem ist, hat das Land hier geschlammt bei den Kriterien für die Ausschreibung und bei dem Ausschreibungsverfahren insgesamt, dass Dachorganisationen nicht teilnehmen könnten, wie Libus, wie andere, die dann ausgeschlossen worden wären, weil sie die Kriterien nicht erfüllen konnten. Das verstehe ich schon, dass man sich da aufregen kann, beziehungsweise das wäre ja nicht die Intention gewesen. Aber darf man deshalb in ein laufendes Verfahren kurz vor Abschluss die Spielregeln ändern? Und ich möchte auch sagen, wir Freiheitliche sind keineswegs die Verteidiger von Herrn Gatterer. Das macht er schon selber und auch seine Figur und wie er auftritt, das ist ihm überlassen. Das geht uns nichts an. Aber wir haben zu klären, hat die Landesverwaltung in dieser Ausschreibung wirklich bewusst versucht, Spielregeln zu ändern und das wäre gegen jede demokratische Grundordnung und gegen jedes Rechtsverständnis, das wir haben. Darf ich, bevor wir zu Themen kommen, was die Menschen wirklich an den Augen brennt, wir wissen, was ihr meint. So mich noch, ganz kurz. Das möchte ich auch noch festhalten. Die Volkspartei hat vor zehn Jahren, das Vergaberecht ist natürlich recht komplex und es gilt die freie Marktwirtschaft innerhalb Europas. Aber auch die EU hat verstanden, dass man, um regionale Kreisläufe stärken zu können, dass man hier Maßnahmen setzen muss. Die Volkspartei hat vor zehn Jahren ein Gesetz verabschiedet, das sie bis heute nicht umgesetzt und behandelt hat, indem man selber eben die Parameter regeln kann, wie viel Prozent der Produkte, zum Beispiel Milchprodukte, wo wir sagen könnten, wir könnten 100 Prozent regional machen. Beim Fleisch oder Getreide zum Beispiel wäre es anders, da könnten wir das nicht, weil wir die Ressourcen nicht haben. Hier hat die Landesregierung den Auftrag bekommen, via Gesetz, einen Katalog zusammenzustellen, an die EU-Kommission zu schicken und die das dann bewerten könnte, für positiv bewerten oder vielleicht noch ajustieren könnte. Und dann hätten wir als Land Südtirol auch selbst diese Ausschreibung machen können. Das wurde bis heute nicht getan. Deswegen sich jetzt aufzuregen über die Milch, wundert mich auch, dass es teilweise von Leuten kommt, die selber in der SVP über Jahre in vorderer Position waren. Also da ist ein bisschen Scheinheiligkeit auch in diesem Bereich dabei. Als wenn die Landesregierung die Hausaufgaben gemacht hätte, hätten wir schon seit Jahren auch diese Vergaben machen können. Eine Ausschreibung mit Heumilch hätte uns 100 Prozent zu Gewinner machen können. Ich gehe jetzt über ein Thema, wo ich beobachtet habe, dass Sie stark im Einsatz waren und das ist der Untersuchungsausschuss betreffend der Schutzmasken und der Schutzkleider. Vielleicht zwei Worte, bevor wir dann zum Thema Hilfspaket, Wirtschaft und die Nöten der Menschen gehen. Auch das ist natürlich ein solcher Fall, wo man sagen muss, das muss ganz klar aufgeklärt werden, ob es hier irgendwelche Beziehungen gibt zwischen Politik, Privatwirtschaft und so weiter. Grundsätzlich muss ich sagen, gerade zu Beginn dieser Corona-Situation, glaube ich, waren... Die Beziehung meinen Sie Landesrat Wiedmann zum St. Dez? Dieser Vorwurf steht... Für den Zuschauer, es geht ja darum, dass diese Schutz, nennen wir es mal Schutzschale, dass die produziert wurden, scheinbar von einem Cousin von Landesrat Thomas Wiedmann. Ja, aber ich muss jetzt wirklich sagen, in dieser ganzen... Aber es geht ja um mehr, glaube ich. Es geht um mehr. Eigentlich geht es um die Schutzmaterialien aus China, die nicht dem Standard entsprechen. Und ich grundsätzlich, das habe ich auch während der Corona-Krise gesagt, wenn man keine anderen Materialien da hat, lieber als keine Maske habe ich die. Das ist schon klar. Die Frage... Aber es geht darum, warum wurde nicht aufgeklärt, wurde hier versucht, etwas zu vertuschen, wurden diese Gutachten, hat die Landesregierung oder hat die Beamtenschaft versucht, diese Gutachten, diese negativen, zurückzuhalten, bewusst, und die Leute draußen in den Krankenhäusern nicht informiert. So, ist das nur passiert, weil es öffentlich gespielt wurde über Medien, oder hat man hier bewusst E-Mails vertuscht? Für den Zuschauer, es geht um die zwei Gutachten von dem renommierten DEKRA-Institut aus Deutschland und sogar vom österreichischen höchsten Institut, vom Ministerium für Militär. Also, es geht nicht um Kleinigkeiten. Aber da eine Zwischenfrage noch. Ich denke, wie ich das beobachte und als Bürger sehe, die Frage stellt sich, wie fähig sind diese Einkaufsbüros, zum Beispiel der Sanität, wir haben da das ähnliche Problem Milch, Sanität, die versackt haben, und wir haben jetzt wieder ein Problem, das heißt, es wird behauptet, dass es nicht möglich wäre gewesen, und mein Eindruck ist, dass dieses Einkaufsbüros absolut unfähig ist. Ja, ich möchte es ein bisschen differenzieren, und zwar die Notsituation, die wir hatten. Ist etwas anderes als eine reguläre Ausschreibung wie bei der Milch oder reguläre Ausschreibungen wie bei den Bussen, also bei den Überlandlinien und so weiter, die ich in Ruhe und die ich vorbereiten kann und wo ich mich hundertprozentig absichern kann und wo ich davor schon Rahmenbedingungen festlegen kann, wo ich sage, in welche Richtung gehe ich. Hier in dieser Notsituation waren natürlich schnelle Handlungen notwendig. Ein Punkt, der mich da zum Beispiel auch interessiert ist, werden jetzt wirklich auch Private, wie die Firma, oder wie Herr Rohmer auch selber, der hier in Vorleistung gegangen ist, werden die hier wirklich zum Schluss sozusagen Pech gehabt haben durch die Fingerschaden, weil die Landesregierung hier schlampig gehandelt hat. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von sich aus auch Millionen auslegt, ohne einen Auftrag dafür zu haben. Für den Zuschauer, Herr Oberauch, das ist meine Meinung als Herausgeber, hat absolut in bestem Willen und Absicht gehandelt. Also das ist eindeutig. Ich schätze Herrn Oberauch auch so ein und deswegen ist es auch wichtig, dass wir im Untersuchungsausschuss genau diese Fragen erörtern und hier auch unsere politische Bewertung dann abgeben. Lassen Sie mich noch nachhacken mit diesem Thema. Ich habe es als Herausgeber in mehreren Kommentaren wochenlang urgiert. Man hat einfach nicht unsere Freunde in Tirol kontaktiert. Und irgendwann hat man den Stolz herabgetan, das ist mein Eindruck, und hat die Freunde kontaktiert. Und innerhalb eines Tages sind zehntausende Schutzmasken und Kleider geliefert worden. Also wir wissen ja, dass die Österreicher sehr gut organisiert waren in dieser ganzen Sache. Und das ist für mich persönlich als Herausgeber ein Verfehlen der Landesregierung. Ja, es ist von mir aus gesehen, muss man generell sagen, in dieser Krisenzeit sind eigentlich genau diese Probleme hervorgebrochen, die wir davor auch schon hatten, die aber vielleicht nur bei der breiten Bevölkerung teilweise nur latent spürbar waren. Aber dass wir in der Verwaltung auch Probleme haben, große Probleme, obwohl wir so einen großen Apparat haben und wir uns eigentlich immer gerühmt haben, dass wir als Südtirol, als Land Südtirol eine bessere, effizientere Verwaltung haben als vielleicht in anderen Regionen und Provinzen in Italien, das mag in einigen Bereichen sehr wohl zutreffen. Aber man sieht auch mit diesen Vorwürfen, die im Raum stehen und auch mit Abläufen, die wir in den letzten Jahren beobachtet haben, dass wir auch hier viel, auch auf dem besten Weg dahin sind, uns eher anzunähern an solche negative Verhältnisse als an prosperierende Regionen, ich sage es einmal, im vergleichbaren Alpenraum. Nur eine Bemerkung noch und dann gehen wir über auf das Thema Wirtschaft und Soziales in dieser Corona-Zeit. Für mich ist Politik in dem Fall ein Landesrat wie ein Manager und wenn eine Krise ist, dann muss er sich so lange neben den Leitern und Beamten stellen wie ein Manager eines Unternehmens, bis es läuft. Das ist meine Überzeugung. Und das passiert leider nicht. Und jetzt meine Frage, Sie haben es ja selbst angedeutet, in den Zeiten brennt ja den Leuten was anderes unter die Nägel. Und da das Schlagwort, wir werden alle unter diesem Rettungsschirm Erlösungen finden. Das war die Aussage der Landesregierung. Meine Recherchen ergeben anders. Ich zitiere Hilfspaket für die Kleinbetriebe. Nur 1.600 ausbezahlt, weil 11.000 gesuchen. Zurzeit ist die Software blockiert, so die Information der Vize-Amtsdirektoren. Lohnausgleichskassen, ein Skandal, kein Euro angekommen. Und ich könnte jetzt weitergehen bis hin Banken, wo das System nicht funktioniert. Man gibt ja nach meiner Meinung nicht die richtigen Zahlen, weil nur zu sagen, 2% sind zurückgeworfen worden. Und dann sage ich ja, 98% haben gar nicht ansuchen dürfen bei den Banken, weil man sie verschickt hat. Wie sehen Sie das Ganze? Was die Leute zu Recht verärgert und was einen wirklich auch enttäuscht und manche auch Fuchsteufel-Wild machen lässt, ist diese Ankündigungspolitik, wo man wirklich sagt, wir werden allen helfen. Allen Südtirolern wird geholfen. Und wie Sie es schon gesagt haben, wir werden niemanden im Regen stehen lassen. Und genau das ist die blanke Ankündigungspolitik, wenn man dann wieder hört, die zahlreichen Fälle, die eben keine Möglichkeit haben. Ich denke da an die Jungunternehmer. Und wir haben jetzt auch als freiheitliche Landtagsfraktion genau für die jetzige Landtagswoche auch hier Maßnahmen vorgeschlagen, wo wir sagen, hier muss nachgebessert werden und zwar schnell. Und das heißt, gerade junge Menschen fallen teilweise raus, weil sie nicht die Kriterien erfüllen, um in den Genuss des Zuschusses zu kommen. Das heißt, die 1.000 Euro Umsatz. Dass gerade zu Beginn, wer erst vor kurzem im Unternehmen gegründet hat, noch keinen Kundenstock aufgebaut hat, viele Auslagen hatte, die Einrichtung machen, dass sie die größere Schwierigkeiten haben. Und das sind junge, innovative Köpfe. Die werden blockiert, gleich schon zu Beginn ihrer Selbstständigkeit. Und man muss ja froh sein um jeden in Südtirol, der sich bei diesen Rahmenbedingungen, bei diesen steuerlichen Rahmenbedingungen, die uns der italienische Staat vorgibt, und teilweise auch die Bürokratie, die unser Land selbst noch draufpackt, dass sich hier jemand selbstständig macht. Also jeder hat da hier meinen größten Respekt und wir müssen die ja noch mehr fördern, anstatt dass wir die jetzt auch hier nicht differenzieren und gerade solche Unternehmen auch hängen lassen. Also ich kann das nur bestätigen, das ist wunderbar, dass Sie sich so einsetzen für diese wichtigen Jungen und Staat. Dann nochmals, Sie möchten nachhacken, Sie sind ja ein gestandener Politiker, Sie reden sehr klar, wie kann es sein, dass weiterhin Ankündigungspolitik ist und nicht die echten Zahlen auf den Tisch kommen. Und zwar, man sagt, ja, alle haben was bekommen, aber kein einziger Politiker sagt, okay, wir haben 11.000 Gesuche, 1.005 sind ausgezahlt worden, wir haben eine Schwierigkeit mit Software, wir haben so und so viele Gesuche in Covid-Sozial, wir haben so und so viel genehmigt, so und so viele Beträge. Also mir als Betrachter, als Herausgeber, ist das ganz löstert. Es wird chaotisch, es wird... Ich lebe ja im Sinne einer nordischen ordentlichen Verwaltung, also sprich Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, was für mich Vorbilder sein in der EU und ich habe so den Eindruck, dass das echt italophil alles gemacht wird. Ja, ich habe den Eindruck, dass man einfach in vielen Bereichen, und dass gerade die Landesregierung in sehr vielen Bereichen merkt und auch selber ja weiß, dass sie autonomiepolitisch wenig Einflussnahme hat. Das ist eines, das wird immer wieder ausgeklammert, denn nach außen, bei den Sonntagsreden hören wir immer, wir haben die Vorzeigeautonomie, wir haben die weltbeste Autonomie und wenn wir uns hier die Sachen anschauen, dann sieht man, dass wir gerade im Arbeitsrecht zum Beispiel fehlt uns die völlige Kompetenz. Bei den Schulen fehlen uns die primären Kompetenzen. Also auch da das ganze Thema Notdienst, Schule auf, Schule zu, in welchem Form gestalten wir, fehlen uns die primären, in der Sanität fehlen uns die primären Kompetenzen. Das sind wesentliche Kriterien, die ich brauche, wenn ich sage, ich bin autonom. Das ist so ein Mensch. Das, was wir zurzeit sind, ist teilautonom. Das wird eben gerne verschwiegen und ich bin kein, uns fragt, es wird manchmal gerne ein bisschen nachgesagt, wir würden gegen die Autonomie arbeiten oder was auch immer. Nein, ganz im Gegenteil ist das Fall. Wir sind ja dafür, dass wir die größtmögliche Eigenständigkeit für unser Land bekommen und zwar nicht, und zwar nicht, weil wir sagen, rein aus wirtschaftlichen Gedanken her müssen wir uns hier abkoppeln. Das ist ein wichtiger Faktor. Aber der andere Faktor ist auch, wie wir als Volksgruppen in diesem Land zusammenleben und ob es nicht an der Zeit wäre, nach 100 Jahren zu sagen, machen wir gemeinsam das Beste aus diesem Land. Das wäre nämlich dieser Schritt, der uns noch fehlt. Mit allen drei Sprachtruppen. Mit allen drei Sprachtruppen. Mit Erfolg. Und ich bin der Meinung, wir haben nicht mal eine richtige Teilautonomie. Also ich habe da eine sehr klare Einstellung. Es ist überhaupt nicht die beste. Es ist für mich eine der schlechtesten Autonomien Europas und der Welt. Jedes Bundesland von Deutschland hat 300 Prozent mehr Autonomie, hat sogar das Polizeirecht. Ich würde das nicht im Prozent angeben. Sie haben andere Kompetenzen. Sie haben zum Beispiel das, wie Sie es gesagt haben, das Polizeirecht, was ganz wichtig ist. Absolut. Was gerade in unserer Situation ein Riesenvorteil wäre, auch was das ganze Thema Zweisprachigkeit und so weiter anbelangt. Aber ich glaube, es wäre auch für die Identität des Landes und für das eigene Narrativ des Landes ein wichtiger Schritt. Ich sage nur eines, wenn wir es autonomiepolitisch so weitermachen, wie es die Volkspartei, sei es hier in Bozen, als vor allem auch in Rom im Parlament angeht, denn ich erinnere daran, dass die zwei Entwürfe zur Vollautonomie immer in den Wahljahren, also in den Landtagswahljahren 2013, im Frühjahr präsentiert wurden sie, jetzt gehen wir die Vollautonomie an. Danach versenkt, beziehungsweise in der Schublade verschwunden. Bei den letzten Landtagswahlen 2015 dasselbe Spiel, Vollautonomie raus und danach zurückgezogen. Autonomiekonvent wird hier wirklich ignoriert. Es ist wahrscheinlich, dem jetzigen, sind nicht diese Ergebnisse herausgekommen, wahrscheinlich die unserem Landeshauptmann gefallen, das unterstelle ich ja mal, denn sonst kann ich nicht verstehen, warum man diese Empfehlungen, und das hat nicht nur einen Haufen Geld gekostet, der Autonomiekonvent, sondern es wurden ja erstmals in der Geschichte Südtirols, hat nicht nur die Volkspartei alleine über Autonomie geredet, sondern wir haben wirklich die Bevölkerung mit eingebaut und die Sozialpartner auf breitester Ebene über die Zukunft der Autonomie gesprochen. Wir kommen zu den letzten Fragen. Das notwendige weitere Korrektur, Hilfsprogramm Corona. Also meine persönliche Meinung ist, wenn das Land nicht zwei Milliarden aufnimmt und das verteilt natürlich auf fünf Jahre Amortisierung, das könnten wir leicht schaffen, 400 Millionen, das Geld kostet nicht, man spricht sogar von Negativzinsen. Wie sehen Sie diese Situation? Ich mache mir große Sorgen über die Südtiroler Wirtschaft und über das Soziale, dass wir im Herbst wirklich dramatisch zusammenbrechen. Was denken Sie zu unternehmen? Ich muss wirklich sagen, ich sehe es so, dass wir im Herbst Probleme bekommen werden, wo wir eine zweite Welle bekommen werden und zwar nicht vom Virus, sondern vor allem die wirtschaftliche Welle. Es wird im Hochsommer beginnen, wenn der Kündigungsschutz sozusagen gelockert wird, dann werden viele Menschen ohne Arbeit dastehen. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Wir werden von Tausenden reden und das ist genau das, was wir als Südtiroler eigentlich gar nicht kennen. Bis dato waren wir voll beschäftigt. Also das ist ein Novum für uns und das wird uns auch wieder ganz neue Herausforderungen bringen. Und ich sehe auch im nächsten Frühjahr, vor allem dann, was Bauwirtschaft und andere... Aber was können Sie tun als Oppositionspartei? Und hier als Oppositionspartei sind wir die... Auch zusammen mit den anderen Oppositionsparteien? Natürlich gemeinsam, natürlich auch gemeinsam, das ist klar. Wir haben hier schon Vorschläge gemacht, wo wir gesagt haben, das Konjunkturpaket, das bis jetzt noch nicht... Greift überhaupt nicht. Greift nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir das Gesamte überhaupt schon kennen. Das traue ich mich auch zu sagen, dass wir hier wirklich hergehen müssen und sagen, das Land muss sich hier auch, muss das Geld in die Hand nehmen, wenn wir unsere Betriebe retten wollen. Und was das Wichtigste ist, und das fängt davor an, dass wir so schnell wie möglich, die epidemischen Zahlen erlauben es uns derzeit, und ich hoffe, dass es genauso weitergeht, dass wir aber so schnell wie möglich auch in die komplette Normalität zurückkommen. Denn alles andere verhindert auch diesen Aufschwung. Das sagen mir Geschäftsleute, das sagen mir Touristiker, dass es nur funktionieren wird, wenn wir eben zur Normalität zurückkommen. Das betrifft auch das Thema Schule im Herbst, wo jetzt, drei Monate davor schon, davon gesprochen ist, welche Schutzmaßnahmen man braucht. Ich würde es viel lieber sehen, wenn wir den Anspruch hätten, alles dafür zu tun, dass wir im Herbst einen regulären, normalen Schulstart hätten. Für die Wirtschaft noch, weil es ja eine konkrete Frage gewesen ist. Die Krise hat uns eines gezeigt, dass wir vielleicht auch im Lande regionaler denken müssen, dass wir vielleicht auch schauen müssen, Ressourcen besser zu koppeln, und auch gemeinsam mit unseren Nachbarnregionen uns hier vielleicht noch besser abstimmen als bisher. Das habe ich erkannt, dass das wirklich auch ein Bedürfnis der Menschen wäre. Aber das Geld ist in die Hand zu nehmen. Das Geld ist in die Hand zu nehmen, das ist ganz klar. Und hier geht es aber darum, wie viel erlaubt uns auch der Staat. Wir haben erst heute im Landtag darüber debattiert, weil unsere Autonomie auch hier auf wackeligen Füßen ist. Ja, sagen wir, in einem sehr engen Korsett drinnen ist. Und das ist ja der Witz, dass sich Regionen, die sich bisher stark verschuldet haben, im selben Prozentsatz, also wieder mehr verschulden können, als solche Provinzen, die bis jetzt sauber gearbeitet haben. Ja, absolut. Herr Leiter Ewer, letztes Thema, Kinder, Schule, Betreuung der Kinder. Sie haben ja Eingaben auch gemacht in dieser Hinsicht, Gesetzesvorschläge, zwei Worte noch zu diesem Thema. Ja, wir haben sehr viele Vorschläge gemacht, sehr unterschiedliche Vorschläge, weil wir einfach gesehen haben, das ist ein Thema, das nicht gelöst worden ist, wo man viel zu lange die Leute hängen hat lassen, die Eltern, also wenn es schon wieder losgegangen ist, ist, dass man arbeiten konnte, die Eltern immer noch nicht wussten, wie sie ihre Kinder betreuen können und vor allem auch, was den Sommeramt belangt. Man kann darüber streiten, denn wir haben entweder gesagt, entweder geht man den Weg, den Notdienst öffentlich zu machen, wie es deutsche Bundesländer auch gemacht haben, und den dann frisch hinziehen, bis in den Herbst, bis zum regulären Schuldienst. Das heißt nicht, dass dann im ganzen Sommer Schule zu machen ist, sondern dieser Notdienst wäre auch natürlich mit den Organisationen gemeinsam abzudecken gewesen. Kann man darüber diskutieren. Wir haben andere Vorschläge gemacht, wo wir gesagt haben, den Gemeinden draußen vor Ort, die jetzt ja alles am Hals haben, die Sozialgenossenschaften und so weiter, die ehrenamtlichen Vereine, die das jetzt stemmen müssen, dass man denen auch wirklich entgegenkommt und auch die Lehrer und auch die Kindergärtner versucht einzubinden. Und hier hat es meines Erachtens große Versäumnisse gegeben. Leute haben sich inzwischen unter Anführungszeichen illegal organisiert. Da hat irgendeine Person dann die Kinder oder die Schwester von mir aus hat die vier, fünf Kinder und Nachbarskinder zusammen betreut. Und das kann es nicht sein. Wir müssen jetzt froh sein, dass jeder arbeiten geht. Jeder, der arbeiten geht, kann noch eine Arbeit. Die Kinder müssen betreut werden. Und es geht nicht nur um eine Betreuung. Sie müssen auch Sozialkontakt haben. Sie müssen auch irgendwo wieder mit gleichaltrigen Spielen sich unterhalten können, ohne zu strikten Auflagen. Denn diese Einschränkung ist auch für die Entwicklung eines jungen Menschen einfach nur negativ. Herr Abgeordneter Walter Eber, Herr Obmann der Freiheitlichen, herzlichen Dank. Uns bleibt nur übrig, zu sagen wie die Engler, Gott steh uns bei in dieser Situation. Danke. Danke für das Gespräch.